Servus Menschen, es ist mal wieder euer Royal Beast zu einem erneuten Infinite Warfare Video und zwar haben wir heute was interessantes, ihr habt es eh schon in den Titel gesehen und zwar geht es um die Spezialisten in Infinite Warfare, die dazukommen werden ja ihr habt richtig gehört, es wird wieder Spezialisten geben Ähnlichkeiten gibt es mit denen aus Black Ops 3 es gibt wieder ein paar gleiche Sachen, aber es gibt ein paar völlig neuartige Sachen und wir haben die offizielle Liste von den Rigs, die heißen jetzt Rigs in Infinite Warfare also nicht mehr Spezialisten, aber dazu kommen wir später noch zuvor, muss ich erwähnen ich habe heute schon zwei Videos geuploadet, einmal über den Kino-Modus, ob es in Infinite Warfare einen Kino-Modus geben wird und das zweite Mal eine richtig geile Sache, die es in Infinite Warfare geben wird und zwar hat das was mit den Gesten zu tun, nur eine richtig geile Idee, richtig geiles Feature schaut da vorbei, werde ich euch unten verlinken oder rechts um die Infobox, da könnt ihr mal vorbeischauen richtig interessant, aber wir kommen jetzt zum heutigen Thema, genau die Rigs Leute und zwar heißen die nicht mehr Spezialisten, wie schon gesagt, sondern die heißen jetzt Combat Rigs und zwar sind das ganze sechs Stück an der Zahl und die funktionieren ähnlich wie die Spezialisten aus Black Ops 3 nur, dass es einen kleinen Unterschied gibt, den ich persönlich sogar noch besser finde ist jetzt eine persönliche Meinung und zwar hat man pro Rigs eben drei Payloads, so heißen das das sind einfach Payloads sind, ihr könnt euch vorstellen wie aus Black Ops 3 die Spezialisten Waffen und dann noch drei Trades jeweils pro Rigs eben Trades sind dann einfach die Spezialisten Fähigkeiten sozusagen, nur dass es eben manchmal gemischt ist und so weiter auf jeden Fall heißt das eben, dass man dann pro Spezialist beziehungsweise pro Rigs eben ich werde ab jetzt immer Rigs sagen, dass man da eben jeweils zwei Sachen auswählen kann einmal ein Payload eben und einmal ein Trade sprich, es wird so viele Variationen geben, es wird nie langweilig, man kann sehr sehr viele Varianten ausprobieren wie man den Rigs am besten spielt und das macht es wieder sehr sehr interessant das wird das Game nicht so schnell auslutschen, schätze ich mal da man einfach eben pro Spezialist so viele Möglichkeiten hat hier eben dann zu variieren ob man jetzt das erste Payload nimmt und das mit dem dritten Trade kombiniert oder ob man jetzt das zweite Payload nimmt und mit dem ersten Trade kombiniert eben da gibt es ultra viele Sachen wir werden uns anschauen, was es pro Rigs hier gibt ganze sechs Stück an der Zahl wie gesagt und wir fangen mit dem ersten an der erste ist der Warfighter, werdet natürlich auch im Hintergrund heute ein paar Bilder mehr sehen als sonst immer und aus dem Multiplayer Trailer werdet ihr auch ein paar Szenen in Action sehen und deshalb werden wir auch ein paar Waffen wissen beziehungsweise ein paar Fähigkeiten wissen, was die machen der Name sagt auch bei manchen Sachen viel aus aber wir würden sagen, fangen wir mit dem ersten Payload an und zwar ist das der Claw, seht ihr im Hintergrund diese Waffe schaut aus wie eine Armbrust, ist ultra stark, schießt ultra schnell und rasiert einfach alles, was in der Nähe ist ihr seht es im Hintergrund, die Waffe hat es in sich die rasiert einfach alles der Warfighter auch noch ein interessanter Punkt ist, dass jeder Rick sozusagen seine eigene Rolle im Krieg hat der Warfighter ist jetzt der ganz normale Soldat, den wir kennen dann gibt es einen Sniper, einen extra, dann gibt es so einen leichten MG-Typen dann gibt es einen, der die Stellung ausräumt und so weiter das werden wir uns alles ansehen das finde ich auch ziemlich interessant, dass eben diese einzelnen Spezialisten diese einzelnen Ricks ihre eigenen Fähigkeiten haben die man eben verschiedenst einsetzen kann das wird auch im Competitive Bereich sehr sehr viele Auswirkungen haben weil es einen gibt, den Sniper eben, der eher hinten bleibt dann gibt es einen, der wirklich rushed in die Stellung zum Beispiel und da wird man eben dann diesen Rick nehmen, das finde ich sehr sehr interessant kommen wir zum zweiten Payload vom Warfighter das ist einmal Overdrive, ich denke mal das wird das gleiche sein wie aus Black Ops 3 über Attacken, dass man einfach schneller laufen kann dann haben wir Combat Focus als drittes Payload ich glaube das ist einfach Kampffokus aus Black Ops 3 natürlich ist es nicht bestätigt, wir haben nur bei ein paar Sachen die Beschreibung dazu, aber ich denke mal das wird so sein dann kommen wir zu den Trades, dann haben wir einmal hier Ping bei diesem Warfighter und zwar Ping, schätze ich mal, hätten wir auch schon aus vorherigen CODs eher so als Taktikgranaten und zwar, dass man so ein Gerät auf den Boden schmeißt und das dann auf dem Radar immer so wie eine Drohne halt dann die Gegner aufscheinen ich schätze mal für ein paar Sekunden wird dann dieser Ping gehen oder sozusagen wie hier in Black Ops 3 Sichtpult so kann ich mir das vorstellen nur vielleicht, dass man nicht die Gegner durch die Wände sieht sondern nur auf dem Radar ist nichts in der Beschreibung, aber ich vermute das mal dann das zweite Trade, was wir hier beim Warfighter haben ist Persistence und zwar funktioniert das Ganze so wie die MW3 Unterstützungsstreaks sprich, wenn man jetzt 3 Kills macht und dann stirbt, dann sind die Streaks nicht weg ein Nachteil hat das Ganze aber und zwar erhöht das die Kosten dann von den Streaks sprich, wenn wir jetzt Vorräte haben in Infinite Warfighter, für die braucht man ich nehme es jetzt einfach als Beispiel, 5 Kills man hat 3 gemacht, stirbt man braucht immer, man hat immer noch 3 Kills sozusagen auf Reserve die Vorräte kosten aber jetzt 5,5 Kills so ungefähr stelle ich mir das vor so wird das ungefähr auch sein und als drittes Trade haben wir hier Resupply kann ich mir echt unter den Namen nichts vorstellen das wird hier öfters heute der Fall sein dass ich mir unter dem Namen nichts vorstelle aber falls ihr irgendwelche Ideen habt runter damit in die Kommentare und genauere Videos werden ja dann kommen spätestens bei Release werden dann Spezialistengeiz und so weiter kommen also macht euch da keine Sorgen das ist jetzt hier einfach nur mal der erste Überblick über alle Rigs als nächsten Rig haben wir hier dann den Striker der Striker übernimmt jetzt keine fixe Rolle im Krieg sozusagen wie wir schon vorher beim Warfighter gehört haben der so ein Standardsoldat ist sondern der Striker ist eher so ein Medizinmann beziehungsweise einfach so ein Supporter der seinen Teammates hilft im Krieg Stellung ausräumen beziehungsweise einfach durch seine Fähigkeiten die wir gleich hören werden hilft er einfach den Teammates also sozusagen so ein Unterstützer ist er kommen wir zu den Payloads und zwar einmal hat er die Gravity Vortex das seht ihr im Hintergrund die Waffe ist ultra krass und zwar wenn man mit der schießt zum Beispiel eine Stellung rein dann entsteht sozusagen ein Gravitationsloch und das zieht die Gegner in sich rein einfach ultra krasse Waffe ihr seht es im Hintergrund dann das zweite Payload Mikro Turret kann ich nichts dazu sagen keine Beschreibung und drittens Centurion kann ich auch dazu überhaupt nichts sagen kommen wir zu den Traits erstens Relay Relay sagt mir jetzt auch nichts dann haben wir Trophy Drone ganz interessant ist das und zwar kennen wir die Trophy Systeme die schmeißt man hin und dann beschützen die einen von den Granaten genau funktioniert die Trophy Drohne gleich nur dass diese Drohne um einen selber herumfliegt und dadurch eben die Granaten sozusagen abwärts sprich wir haben ein sozusagen fliegendes Trophy System das einen beschützt und dann als drittes haben wir Hardnet dazu kann ich auch gar nichts sagen dann kommen wir zum nächsten Rig zum dritten und zwar ist das der Phantom das ist jetzt der klassische Sniper aus dem Krieg und wir schauen uns das Ganze hier jetzt an und zwar hat er als erstes Payload eine ultra krasse Waffe und zwar ist das die Ballista und zwar wird das so beschrieben dass die 3 Schuss Railgun ist die Gegner an die Wand drauf klatscht wie ich mir das vorstellen soll keine Ahnung auf jeden Fall gibt es da schon habe ich in ein paar Gameplays diese Sniper gesehen und ich denke das ist die 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 Gegner automatisch anvisiert und sie dann weg richtig weg sprengt die Waffe ich denke das wird die Waffe sein diese Spezial Sniper ich glaube das ist die wir werden uns noch natürlich genaueres sehen in weiterer Zukunft ich schätze aber das ist die einfach eine krasse Sniper dann zweites haben wir Active Camo ist einfach die Aktivtandung aus Black Ops 3 danke Handy dass du unter dem Video angehst dann als drittes haben wir Pulsar Pulsar kann ich mir jetzt auch ähnlich vorstellen wie Sichtpuls nur wenn ich den Namen sage also hier Pulsar einfach Sichtpuls fällt mir da ein mehr kann ich dazu nicht sagen kommen wir zu den Trades als erstes haben wir da Market Target und da stelle ich mir auch ähnlich vor wie Sichtpuls vielleicht nur dass man einen speziellen Gegner anvisiert sozusagen vielleicht mit der Sniper hat man dann diesen Gegner im Visier man kann 10 Meter daneben schießen mit der Sniper man trifft trotzdem sprich wir verbinden das einfach mit der ersten Waffe ich glaube das ist sogar verbunden mit der ersten Waffe was ich gerade vorher gesehen habe dass diese Ballista EM3 sozusagen diese drei Schuss automatisch anvisiert an den Gegner das kann sein dass das Markt Target ist ich weiß es nicht ist nur eine Vermutung aber machen wir weiter einfach und zwar das nächste ist Rare Guard und zwar jedes Mal wenn man spawnt hat man automatisch auf dem Rücken hinten ein Schild was einschützt nichts besonderes aber natürlich eine gute Fähigkeit die man braucht wenn man von hinten angeschossen wird kann ich mir vorstellen dass ich mit dem auch ein paar mal dann spiele und dann haben wir noch Heidenend Sense kann jetzt auch wieder viele sein und zwar Sechster Sinn eben kann es sein aus Black Ops 3 den wir kennen dass man am Radar sieht wenn Gegner in der Nähe sein am ehesten würde ich das noch sagen ansonsten vielleicht dass man generell bessere Sinne hat wie besser hören besser sehen und so weiter kann alles sein steht nichts jetzt hier in der Beschreibung dann der vierte Spezialist ist der Merk und das ist der klassische Schütze der Graben Schütze der was mit dem leichten Mg durchfiegt der gepanzerte Soldat so stelle ich mir den vor und auch die Preloads schauen bei ihm so aus und zwar hat er einmal eine Steel Dragon die sehen wir im Trailer glaube ich nicht und zwar ist das eine Waffe die eine kleine Kampfzone sozusagen gut abdecken soll ich schätze einfach mal ist ein leichtes Mg dann als zweites Pilot haben wir die Bull Charge kann ich mir absolut nichts vorstellen darunter als drittes haben wir Reactive Armor das glaube ich ist dieses Trailer Szene wo er das am Boden hinschmeißt dann bildet sich so eine Kuppel und ich denke mal wenn man in diese Kuppel reingeht dann ist das sozusagen so ein Schützschild kann ich mir gut vorstellen dann zu den Traits Infusion haben wir einmal das ist einfach die Schnelligkeit kommt wieder besser zurück man regeneriert sich viel schneller dann haben wir Man at Arms kann ich mir wieder absolut nichts vorstellen und dann haben wir noch eine Shock Wave Shock Wave kann sein Hitzewelle so ähnlich nur dass es nicht Hitzewelle ist sondern dass er einfach mit irgendwelchen Strahlen sozusagen einfach die Gegner für einen kurzen Zeitraum betäubt und weil wir vorher bei Bull Charge waren da ist mir jetzt aufgefallen beim Payload Bull Charge jetzt weiß ich was das ist und zwar ist das diese Szene im Trailer wo er dieses Schild auspackt und dann mit dem Schild durch diesen Gang fiecht und dann alle niederrammt das ist dieser Schild heißt also Bull Charge ist mir gerade eingefallen und wir kommen jetzt zum nächsten zum fünften RIG der fünfte RIG ist der FTL und das ist so ein Leichtathlet das ist so ein Usain Bolt der ultra schnell ist und für den passen halt Maschinenpistolen gut für den passen Strottflinten gut wie wir es im Hintergrund sehen das ist so ein typischer Strottflintenheld einfach so einer der schnell ist und dessen Payloads sagen auch einfach dieses aus und zwar hat er einmal als erstes Payload Erasers kann ich nichts dazu sagen dann einmal ein FTL Jump das ist so ein spezieller sozusagen Jump und wir sehen es auch im Hintergrund da beamt er sich irgendwie vor da kann er eben so einen Schub bekommen wie es einfach im Hintergrund ausschaut und als drittes haben wir Face Shift kann ich mir unter dem Namen ebenfalls nichts vorstellen dann kommen wir unter Trade da haben wir einmal Super Charge ich weiß nicht vielleicht ist er dafür eine gewisse Zeit bisschen schneller oder so dann als zweites haben wir Perception das ist sehr sehr interessant meiner Meinung nach und zwar wird er so beschrieben das gibt dir viel mehr Aufmerksamkeit wie je zuvor im Call of Duty und zwar jedes Mal wenn dich ein Gegner anschaut sprich von hinten oder generell jedes Mal einfach so steht es in der Beschreibung wenn dich ein Gegner anschaut dann wird dir das angezeigt auf dem Hut und das ist einfach irgendwie krass sprich wenn dich ein Gegner von weiter sieht dann weißt du er hat dich gesehen und du weißt auch wo er ist das ist einfach nur krass das klingt auf jeden Fall interessant das klingt auf jeden Fall stark werde ich auf jeden Fall spielen natürlich werde ich alles mal ausprobieren aber das klingt auf jeden Fall ultra krass und dann haben wir den Powerslide das ist einfach so wie der G-Slide schätze ich mal nur dass das eben hier als Trade zum Einsetzen ist und zu guter Letzt kommen wir zum letzten Rick den wir hier haben das ist Synaptic und der ist meiner Meinung nach der absolute Favoriten Spezialist das ist so ein Roboter ist jetzt überhaupt kein Mensch sondern das ist wirklich ein Roboter wie ihr am Bild sieht und zwar einfach krass was der kann einfach krass da fehlen mir alle Worte was ich dazu sagen soll also wirklich Synaptic Respekt an dich Bruder und zwar kommen wir zum ersten Payload hier vom Synaptic das ist Qualer das ist Qualer und zwar wieder das ist Qualer kann ich dazu nicht sagen dann Ripper Ripper wirklich das ist nicht so wie der Ripper hier aus Black Ops 3 dass man so ein Messer hat und dass man dann Gegner sozusagen dran so gesund wird und ihn dann Messer hat sondern das ist dieser Hund sozusagen dieser Roboter verwandelt sich in einen Hund dann ist er auf allen Vieren und dann verfolgt er die Gegner ist ultra schnell und frisst sie auf klingt krass Leute ihr habt es aber sicher schon in ein paar Gameplays gesehen ich füge euch eine kurze Szene ein denn das ist absolut krank dieser Synaptic wirklich Ripper ich freue mich schon auf den dann haben wir als drittes Payload den Rewind kann ich auch dazu nicht sagen Trades haben wir einmal Rushdown und zwar steht da in der Beschreibung dass man sozusagen in eine Richtung einen kurzen Boost zur Verfügung hat nichts besonderes finde ich dann haben wir Propulsion kann ich auch dazu nicht sagen und dann einmal Combat Burst nach jedem und zwar bewirkt er dass man nach jedem Kill einen kurzen Speed Anschub hat was auch ultra krass ist also wirklich diese Rigs die haben alle irgendwas besonderes wenn man da wirklich die richtigen Sachen kombiniert dann kann man wirklich einen ultra heftigen Rig hier zusammenstellen und das wird auf jeden Fall ein großer Bestandteil vom Spiel werden so wie es die Spezialisten in Black Ops 3 sind ohne die Spezialisten in Black Ops 3 wäre ja Black Ops 3 nicht dieses Black Ops 3 was wir kennen und das gleiche ist hier mit diesen Rigs die werden auf jeden Fall viel Auswirkung aufs Spiel haben wie das Balancing ist ich hoffe das ist gut und schreibt einfach eure Meinungen dazu in die Kommentare und falls ihr irgendwo bei irgendeinem Payload oder Trade eine Idee habt was ich jetzt nichts gehabt habe in den Armen schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare und ich würde sagen wer sich dieses Video bisher angezogen hat der hat entweder kein Leben oder hat kein Leben so sind die Menschen heutzutage lasst bitte ein Like da für dieses Video war ein bisschen aufwendig und ich hoffe ich habe euch das Ganze gut erklärt natürlich werden wir in Zukunft noch mehr sehen haut rein wir werden uns dann beim nächsten Video wiedersehen und ciao Outro